Fabian Nosmann, 8 zu 1 Sieg, sensationeller Sieg. Ist das ein Spiel für euch für die Geschichtsbücher? Ja, sicherlich. Also wir haben, glaube ich, noch nie acht Tore in der Rheinland-Liga geschossen. Letztes Jahr waren es einmal sieben gegen Windhagen gewesen. Das haben uns die wenigsten wahrscheinlich vor dem Spiel so zugetraut. Auch wir müssen nochmal, wenn wir morgen aufs Ergebnis gucken, müssen wir nochmal gucken, was da wirklich passiert ist. Aber unabhängig davon war es auch in der Höhe absolut verdient gewesen. Und ja, wir haben auch die Möglichkeiten gehabt, um noch drei, vier, fünf Tore zu schießen. Aber das ist eine andere Sache. Es ist auch wirklich heute alles für uns gelaufen. Wir waren von Anfang an präsent gewesen. Wir haben relativ früh 3-0 geführt. Bis zur Pause haben wir es versäumt, ein viertes, sogar ein fünftes nachzulegen. Dann kam es, wie es kommen musste. Wir sind eigentlich gut aus der Pause gekommen. Wir haben nach einem langen Ball, das Einzige, was heute möglich war für den Gegner, ein Kopfball-Gegentor gefangen. Aber haben es dann einmal sortiert und haben es dann hinten raus ganz brutal gemacht. Spätestens mit dem 4-1 gleichzeitig im Platzverweis für Mendig war dann die Luft aus dem Spiel komplett raus gewesen. Der Deckel war drauf gewesen. Aber trotzdem muss man erstmal die Überzeugung haben, um die Tore 5, 6, 7 und 8 nachzulegen. Ja, das ist richtig. Die Torschützen waren ja auch durchgängig durch die Reihen. Und Nitz Hemmes hat wieder zugeschlagen. Es war exemplarisch fürs Spiel. Mendig hat bei dem Ehrentreffer gar nicht gejubelt. Was war überhaupt los? Oder war ihr so stark? Ja, wir waren heute wirklich stark gewesen von Anfang an. Wir haben die Woche ja auch wirklich total gut trainiert. Und das hat man heute von Anfang gemerkt, dass wir es ein bisschen übertragen haben aufs Spiel. Aber, und da gebe ich dir recht, gerade Mendig mit der Erfahrung, auch mit vielen Typen in der Mannschaft drin, die schon lange auf dem Niveau oder höher mit dabei gewesen sind, waren verbal unfassbar ruhig gewesen. Da ist ganz, ganz wenig von denen gekommen. Und das hat uns natürlich irgendwo in die Karten gespielt. Da kam wenig Aufräumen vom Gegner. Und selbst nach dem 3-1 hätte ja ein bisschen Hoffnung aufflackern können. Aber auch da, ja, da kam kein Feuerwerk danach. Da war nichts gewesen. Im Gegenteil, wir haben direkt das Heft wieder in die Hand genommen. Und da mussten wir heute wirklich den Hut ziehen für den, was wir gemacht haben. Genau, es war der sogenannte Gebrauter Tag für den Gegner. Nächste Woche zu unseren Freunden nach Malberg eine harte Nuss zu knacken auf diesem Kunstrasenplatz vor diesen vielen treuen Fans. Ja, auf jeden Fall. Wir freuen uns drauf, nach Malberg zu fahren. Das ist natürlich eine weite Reise. Aber wir haben jetzt die letzten Wochen ordentlich Selbstvertrauen getankt. Wir haben mittlerweile auch einen ordentlichen Kader wieder zusammen. Das merkt man im Training, das merkt man bei den Spielen. Vor allem, wenn der Konkurrenzkampf da ist, dann müssen noch alle 100 Prozent liefern, weil die anderen hintendran schon auf ihre Chance warten und das auch wittern. Und auch heute die Jungs, die wir reingeworfen haben, haben das genauso gut gemacht, wie die, die vorher drin gewesen sind. Und jetzt wollen wir an Malberg dann wirklich nochmal nachlegen. Jetzt genießen wir heute den Erfolg, wollen dann Malberg nachlegen, haben dann eine englische Woche mit dem Rheinland-Pokal. Sollten wir das erfolgreich gestalten können, haben wir danach nochmal eine englische Woche. Von daher werden wir alles um jeden brauchen. Aber heute erst mal den Abend genießen und dann ab Montag geht es dann weiter. Prima Fabian, das habt ihr euch verdient. Teut, teut, teut viel Glück die nächste Woche. Glück auf, Hochwald.